Bruder, können wir jetzt mal aufnehmen oder willst du deine Chips die ganze Zeit essen? Was geht Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Und heute sind wir wieder in Minecraft. Und Leute, heute zocken wir das erste Mal Minecraft RP. Ja, richtig gehört, RP. Mit... Ihr esst ja gerade Rosinen. Sagen wir reisen ein. Guck mal, hier ist so ein Schild. Boah, ich bin aufgeregt, Digga. RP Minecraft? Aber kein Leben! Was ist das hier? Wasserflasche? Alter, wie sehe ich aus? Bruder, ich sehe aus wie keine Ahnung was, Digga. Ah, hier sind die Klamotten. Okay. Diese Schuhe nehme ich. Ja, Bruder, übersteuern noch mehr. Warum nennst du dich Errol Carbonat? Warum nicht? Der größte Treuname, Bruder, auf einem RP-Server. Du musst dir einen richtigen Namen geben. Was ist das, Digga? Ist das wie eine Einreise hier, oder was? Hä, ich sehe nichts mehr. Ja, warte, ich höre dich in game. Hörst du mich auch? Bruder, hier steht, die Tür ist mit einem magischen Zauber irgendwie zu, Digga. Wir kommen hier nicht durch. Einreise. Hallo? So, dann geben Sie mir Ihre Schmandflaschen und Ihre Getränke aus. Dann sauf ich nochmal alles weg. Hast du hier einen Scan, oder was? Schubert, ne? Schubert, richtig. Wir schaffen es. Sei leise. Ich bin Mustafa Adana, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Türkei. Dass du aus dem Nahen Osten kommst, hört man direkt raus. Ja, genau, ich bin der Schubert Braubach, 33 Jahre alt, ne? Deine Ausreise rechnen oder ein Rückflug in euer Heimatland. Was ist denn, wenn man kein Heimatland handelt? Also was, wenn man dann aus Kurdistan kommt? Achso, okay. Digga, was machen wir hier? In meiner Beine. In meiner Beine. Acht. Hey, Jana. Hi. Guten Morgen, Jana. Hallo, Jana. Jana, wie alt bist du? 21. Echt? 21? Also, ich habe eine Kreditkarte jetzt. Ich hab jetzt 4 Mikrochips Ja gib mir doch einen, warum nimmst du alle Ja Bruder, was soll ich mit 40 machen Schrei doch nicht so Jana, ich hab ne Kreditkarte, ich kann dir Eis kaufen, wenn du willst Ne, danke, ich hab selber Wo ist mein Kreditkarte? Alles gefickt, ich lass dir Beruhig dich jetzt mal, ne? Wir sind hier nicht in der Türkei Ja, chill mal dein Eier, Digga Die Forderung war, eine Kreditkarte und ein Chip Und das kriegst du nicht geschissen Ja, Jana, hast du gesehen, ich hab's direkt geschafft mit einmal, so, weißt du? Ja, sehr, sehr cool Danke, danke Ich bin der Schubert übrigens Ich bin die Diana, wie gesagt Warte kurz, später kannst du vorbeikommen Auf einen Cooked Pork Chop, wenn du willst Ja, okay, sorry, tut mir leid Oder was wir, wir machen weiter, ich hab keine Kreditkarte Nimm von Müll einfach 5.000, wow Ey, Jana, ich hab 5.000 Wunderbar, freut mich Jawohl, später Ich hab 10.000 Später Cooked Pork Chop, du weißt Bescheid Diana, wollen wir schon mal direkt unsere Nummern austauschen? Also, ich such noch WhatsApp-Freunde, weißt du ein bisschen Ja, ja, alles gut, alles gut Warte mal Wie greifen Sie noch mal? Ey, jetzt chill, beruhig dich doch mal, ich hab zuerst gefragt Wie kann ich dir jetzt auf WhatsApp schreiben? Anonymous Ikeen Ja, ich bin kein Pfandfleischensammler, kannst du ihm geben Ja, also, das würde ich nicht nehmen, aber deine Nummer schon Hey Was los, alter Mann? Charmut, geh mal weg von hier Er ist schlafen gegangen Charmut, wo bist du? Ich wurde gekickt Ja, ich sagte doch, kack nicht rein, Bruder, am Anfang Ich muss da verabern Wie leise der auf einmal redet Guck mal, was ich kann Oh, shit Sehr cool Ich glaube, dieser Anzug passt nicht so Hey Geh mal weg, alter Mann Aber ich kann das nicht Deswegen, ich muss ja Anzug anziehen Ey, Diana, unter uns, ne? Was unter uns, Bruder? Ey, geh mal zur Seite, ich muss mit dir alleine reden können Es gibt kein unter uns Ah, okay, okay Ja, geh, halt mir schon mal die Tür Diana, unter uns, ne? So ein Quick-Pork-Shop geht schon klar, oder? Schauen wir mal Sag nicht, schauen wir mal Ja, warte doch Taxi! Du hast meine Nummer, schreibt mir, ja? Oh, sehr schönes Taxi hast du Was spiel ich hier, Digga? Aber warum müssen wir draußen sitzen? Wo gibt's denn hier viele Leute? Wie kann man denn hier ein bisschen... Ey, da sind die scheiß Ballers Da sind die Ballers Wer hat grad da den scheiß Ballers gesagt? Ich, ich zeig euch an, alle, wenn ihr mir zu nahe kommt Lack, fahr mal weiter Ballers, geh weg Lack, fahr doch weiter Darf ich bitte auch einen mitnehmen? Dann haben die beide eins mitgemacht Kannst du mal aufhören, zu geil? Also hier ist das Hotel Komm, wir gehen in unser Hotelzimmer Wir gehen jetzt ein bisschen in unser Hotelzimmer anschauen Da, das meint's jetzt Ja, okay, ich bin auch dabei Ist echt zwei Jahre alt Wollen wir zu zweit schlafen? Ja, das ist das Ich glaub, wir müssen uns ein Zimmer kaufen erstmal Ich hab keinen Bock mehr auf mein Leben Oh nein! Du kleiner Schwanz, du Wir liegen einfach im Koma jetzt für 10 Minuten Ja, geil, jetzt haben wir wieder kein Handy und so Gar nix, keine Kreditkarte Ey, da ist ne Polizeisperrzone, komm Bankraub ist hier Hallo? Hallo? Hilfe! 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 Die haben uns bedroht da drinnen Gib mir eine Knarre und ich erledige das für sie Umut, komm mit Ey, wir gehen da jetzt von hinten rein, okay? Wir gehen von hinten rein, kommt dann Geh, los, los, geh rein Geh, 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 rein, geh Geh, 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 geh Warte, warte, da ist ein Polizeigeisern Versteck dich, versteck dich Was geht mächtig schief, ne? Hier, Pflaster Was für mächtig schief? Du weißt doch nicht, wer wir sind Die haben die Bullen als Geisern genommen Ich werd die, ich werd die Kostel Ist das, wie viel Schaden macht das? Ey, kann mein Kollege kommen? Ey, ich wollt meinen Kollegen, ich wollt nur meinen Kollegen holen Ich wollt nur meinen Kollegen holen, chill Tut mir leid Alter, die Polizei kriegt dir gar nichts geschissen Ey, ich hab nur noch 5 Herzen, Alter, 4 Herzen Hier, trink ich so ein Cocktail Ja, da, da Trink ein Cocktail Du hast mich betrunken gemacht Du warst das also? Du warst das also? Ey, kommen Sie runter Du warst das? Okay, tut mir leid Ich hatte einen Enttuss drin Wegen diesem einen komischen da Hallo, ich hab ein Polizeiauto geklaut Wo? Komm zu diesem Raub, ich hol dich da ab Ich bin davor Der hat echt geklaut Ist da ein Raubüberfall? Das klären wir schon Aber Mann, ich bin ja der Römer Fährst du, ist hier eine Straße oder was? Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Hier, links, hier, links So, hier ist der Schub Ey, geh mal weg mit dem Auto Geh mal weg Ich bin der Verhandlungspartner jetzt Hallo, wer macht dir jubiliert? Steigt auch so das Digga, verpiss jetzt Das sind ja nur Kinder Ich mach die Verhandlung weg Habt ihr noch so was, Junge? Ey, darf er so? Aber mach den Geht weg, geht weg Okay, geh weg Umut, komm her Ich bin Praktikant Zweifel, dass du Praktikant bist Okay, alles klar Ey, die Tür ist offen, passen Sie auf Wo ist Umut? Ich helfe Ihnen doch Ich gehöre doch zu Ihnen Junge, verpiss dich oder schnell Was hast du gesagt? Ich bin Praktikant Schade, ein Versuch war es wert Alles gut, das war ich Umut, bist du wieder gekickt worden? Ich wurde dieses Mal gebannt Warum? Weißt du, was die mir als Nachricht geschrieben hat? Du bist unnormal lustig Aber leider müssen wir dich bannen Hör mal zu, Alter Mein Kollege wurde hier einfach ausgereist Hatte eigentlich noch ein Date vor mit der Diana Aber leider wurde das nicht Diana? Diana, ja Ich hab ein Steak geschenkt dir aus dem Müll Echt? Ich wollte auch mit der Cooked Porkchop essen Diana, wenn du das siehst Ich hab mich in dich verliebt Von da war Freit mich Jawohl Ihre schönen blonden Locken Das war so Ihr viereckiger Arsch Boah Ich hab mich da schon zweimal verliebt Ich sag dir ehrlich Lass mal wieder da zu diesem Juve raub gehen Habt ihr das hier immer noch nicht geregelt bekommen? Kollege, zieh mir ab, jetzt hier aus der Sperrzone Siehst du nicht, dass hier Selber Sperrzone Ich zeig dir jetzt mal Schubert, Alter Meine Chance Ich rette die Geiseln Nein, nein Achso, ich muss dich retten Ich rette euch, ich rette euch Jungs, 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 Jungs Jungs, 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 Jungs Ich bin mit der Hälfte der Tüch Euer Klinge tut ja Ich rette die Geiseln Ja, oben war irgendein Keg mit einem Messer hier reingelaufen Der umgeschossene Zivilist, der hat mich gerade aufgehoben mit einem Messer angegossen Ihr Polizisten, kriegt ja gar nichts geschissen Ich hab den gerade einen getötet von dem Gar nichts kriegt ihr auf die Reihe Oh shit, ich wurde vom Server geboren Oh nein, ich hab einen Warn bekommen Damn Oh shit